Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du am besten die Datenbanksprache SQL lernen kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Welche SQL Befehle muss ich mindestens beherrschen, um sagen zu können, ich kann SQL? Wie gehe ich es am besten an? Wo fände ich Übungsbeispiele? Und eine geeignete Lernumgebung? Diese Fragen behandeln wir im Folgenden, sowie ein Fahrplan, wie du konkret vorgehen musst, damit du SQL am schnellsten lernen kannst. Was wird allgemein unter SQL verstanden? Datenbanken werden ja vorwiegend mit der Datensprache SQL abgefuckt. Aus diesem Grund ist es ein absolutes Minimum, die Beherrschung des Select-Befehls in allen Variationen mit Select from, Ver oder Order by. Sofern auch gerechnet werden muss, gehören Aggregatfunktionen wie Sum, Min, Max und Count dazu. Ebenso wie die damit verbundenen Gruppierungen, Group by oder Having. Selten stammen Daten aus nur einer Tabelle. Deshalb muss man sich auch mit Joins aller Art beschäftigen. Schließlich sind noch Vergleichsoperatoren wie In, Between, Not, Like unverzichtbar. Wenn man das alles wirklich beherrscht, ist man schon recht weit vorn und kann damit komplexe Anforderungen, zum Beispiel im Reporting, abdecken. Das alles stellt jedoch nur einen kleinen Teil von SQL dar und wird als Data Query Language bezeichnet. Wie kann man nun konkret SQL schnell und effektiv lernen? Dazu sehen wir uns folgende Vorgehensweise an. Verschwende keine Zeit. Befass dich nicht sofort mit der Installation und Administration eines richtigen großen Datenbanksystems. Das ist eine Aufgabe für sich. Benutze stattdessen einfach eine der im Internet zugänglichen SQL-Plattformen oder Editoren. Du kannst einfach loslegen und brauchst dich nicht um weiteres zu kümmern. Mache die ersten Entwicklungen. Nutze dafür die hervorragenden im Internet verfügbaren und freien Tutorials. Dort kannst du dich besonders gut weiterentwickeln und hast auch Lernbeispiele. Finde einfache Beispiele. Versuche für einfache Beispiele aus deiner realen Welt die richtigen Tabellen und Felder zu definieren. Stell dir zum Beispiel vor, du möchtest ein Restaurant mit einer neuen Software versorgen und die Räume, Tische und Reservierungen in einer Datenbank verwalten. Oder versetze dich in die Lage eines kleinen Supermarktes mit Warengruppen, Artikeln, Verkäuferinnen. Denke über einen Sportverein nach und natürlich über alle beruflichen Sachverhalte, die von einer Datenbank profitieren könnten. Tausche dich mit anderen aus. Damit ist gemeint, dass das Internet eine Fülle an nützlichen Internetforen zu dem Thema SQL anbietet. Dort kannst du hervorragend konkrete Problembeschreibungen adressieren oder bereits bekannte Lösungen oder Ansätze durchstöbern. Zu guter Letzt kannst du dich nun spezialisieren. Erst jetzt macht es Sinn, wenn du dich auf das Datenbanksystem, mit dem du später produktiv arbeiten wirst, dich auseinanderzusetzen und versuche möglichst viel darüber zu lernen. SQL ist ja zwar theoretisch standardisiert, aber jeder Hersteller steht es frei, Teile des Standards wegzulassen und zusätzlich andere Nicht-Standard-Funktionen bereitzustellen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, wie du am einfachsten und schnellsten die Datenbanksprache SQL lernen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.